Ja moin, willkommen zurück zu The Darkest Tales. Wir haben ne Axt. Wir haben ne schwere Waffe bekommen. Hell yeah. Ähm, und jetzt müssen wir nicht mehr diesem Berg folgen, sondern wir müssen dem Totenkopf folgen. Weil wir beim Berg den, äh, die schwere Waffe bekommen haben. Hell yeah. Können wir auch Steine kaputt machen, oder ich sag mal, ähm, Steinbarrieren. Kann ich hier nicht... Really? Kann ich hier nicht... Dumm, Alter. Okay. Da kann man, konnte man nicht hochspringen. Au. Warum auch immer. So. Nicht darunter, danke. Okay. Hier. Ja. Ich geh jetzt mal den... ...den Weg nach. Weil ich glaub, man muss eh überall hin. Im Laufe des Levels. Hm. Was, warum ist hier ein Haken? Wenn ich... Hä? Ist doch gar nichts. Oder sind eure Kugeln? Ah, ich mag die... Ich mag die Level. Vom visuell her. Vom visuellen her. So. Braucht man doch auch nicht. Hä? Diese ganzen Haken, die man nicht braucht. Ah, das war das... Ah. Das Krokodil hat die... Hat Steine, äh, gerollt. Aber wir sind ja von hinten rumgekommen letztes Mal. Ja, ich glaub, ich hab den leichteren Weg genommen. Obwohl man da nicht lang sollte. Ja, hier. Totenkopf nach oben. Hier wieder. Bam. Ihr Lappen. Hallo? Okay. Ich glaub, ich kann halt auch den schweren Angriff verstärken. Okay, tschüss. Ja gut, tschüss. Hä? Tschüss. Ein wenig glitchy und buggy, das Spiel teilweise. Ich hab doch... ...geschlagen. Oh Gott. Bam. Nein, wir müssen da halt hoch. Bam. 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 Schön. Okay, die Waffe... Die schwere Waffe gefällt mir, muss ich sagen. Eigentlich mag ich schwere Waffen nicht in Spielen. Nicht wirklich. Eher der schnelle Schlitzer. Aber die ist cool. Die ist gar nicht mehr so langsam. Und die macht viel mehr Schaden. Okay. Diese Stelle ist so eklig. Na, Junge. Ich stagger dich zu Tode. Okay. Mein Gott. Totenkopf immer noch weiter hoch. So, hier rechts setzt. Ja. Ah, die Stelle. Ja. Okay. Ah, nee. Hier musste ich nicht. Fuck. Ich hab's verkackt. Hier waren wir in der letzten Folge schon. Konnten dann nicht weiter. Weil wir die schwere Waffe nicht hatten, glaube ich. Deswegen weiß ich, was man machen muss. So. Hui. Das ist super knapp. Klapp. Ja, super knapp. So, mein Junge. Bam. Du Lappen. Hey, warum? Aua. Okay. Ich stehe. Wir müssen eine Seite kaputt machen, dann die andere. So. Huff. Ei, ja. Schöner Eingang. Das Salz vielleicht? Oder was soll das sein? Das weiße Gold? Alter. Jo. Wie ballern die denn einfach einen ab? Ist klar. Holy moly, ey. Da kommt her, ihr Lappen. Ja. Nee, ein Schlag hat gefehlt. Oder will ich nicht runter unbedingt? Ei, 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 ei. Äh. Ich muss da runter. Oh boy. Na gut. Äh. Äh. Mann. Äh. Ich glaube, ich sollte die auch mal mit dem... Okay, hier war nur einer. Das sind die schwarzen Feen, die wir killen sollen anscheinend. Wir brauchen ja Sternenstaub, äh, für den Genie. Dass der uns freilässt. Der will fliegen können. Wir müssen nämlich Wünsche für ihn erfüllen. Ja, geil. Die Hitbox ist ja super von... Kann man hier weiter? Nee. Okay, hier ist dann wahrscheinlich noch eine. Ja. Okay, mit diesem Schild hat die halt... Ist die unverwundet? Unverwundbar, anscheinend. Oder sind die unverwundbar? Sind ja mehrere. Ja, geil. Okay. Level ab. Was können wir denn hier? Schwere Waffe. Erhört den Schaden. Definitiv. Wir scheißen auf den Bogen. Jawohl. Das war gut. Da haben wir die schön wegge... DPS'd. Weil die nicht weggeflogen ist. Oh nein. Oh. Aua. Ja. Ja. Ey, ich hab doch nach oben gedrückt. Au. Ja. Boah. Keine Zeit, sich zu heilen. Okay. Oh mein Gott. Ist nicht leicht. Überall fliegen Projektile rum. Und rein. wenigstens fällt man direkt runter. Äh. Nein. 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 Alter. Mann. Ah. Okay. Ist halt geil, wenn die ihren Schild... Also ihren Schild nicht mehr hat und dann ganz weit oben ist, sodass wir sie nicht treffen können. Nicht getroffen werden, ist das Wichtigste. Ja. Oh Gott. Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Zum Glück hat die nur drei oder vier Sachen ausgehalten. Schläge ausgehalten. Genie. I want to be rich. Absolutely rolling in it. Steal the pirate treasure. And make sure you kill all those freebooters. I don't want them chasing me to get it back. Of course. No survivors. Who cares as long as you get your wish. Right? Heh. Yay. Have you got it off? What? What? Super Teddy oder was? Holy shit. Und das geht unendlich? Wir können einfach so fliegen? Äh. Äh. Ne. Hier können wir jetzt nicht mehr fliegen. Okay. Nur an bestimmten Stellen. Ne. Dann. Äh. Das ist irgendwie doof. Wahrscheinlich nur an Stellen, wo so dieser. Ja. Okay. Das war auch nach dem. Äh. Das war die dritte Folge oder so. Da gab es, ähm, in dem Level mit der Bohne, wo wir die Bohnen ranke hochgeklettert sind, ähm, gab es auch so einen Bereich. Da kann man jetzt weiter zum, zum Beispiel. Nach dem ganzen Donnergedöns da. Ey, ey, ey. Junge. Bap. Jawohl. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt zurück. Er will reich werden. Mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Oh shit. Oh fuck. Ah, ja. Ja, klar. Ja. Ja. Wir brauchen ein Schild. Also ein. Runter. Okay. In die Mine. Ja, hab ich mir nur fast gedacht. Ach nee, das ist das Piratenzeichen. Auch, aber es ist auch die Minenzeichen. Ich hab mir ein Achievement bekommen, weil ich mich geheilt hab. Wahrscheinlich hab ich mich ganz oft geheilt oder so. Hallo. Okay. Tschüss. Hier runter. Ah, ja. Hier waren auch Pixies. Stimmt. Ja. Hier war ich auch schon mal. Ja. Fair. Okay. Ich bin... Sie hat... Sie hat auch ihren Angriff gemacht. Hier eklige Stelle. Ganz eklige Stelle. Kommt her. Ne, die sind ja jetzt tot. Stimmt. Und hier können wir wieder fliegen. Ah, jo. Geil. Ganz ehrlich, scheiß auf euch. Ne, ich scheiß nicht auf euch für die XP. Gegner fliegen halt ständig in einen rein, ey. Ah, hier ist... Ja, hier ist Gold. What the fuck. Don't move, Bear. Do you see those glittering stones on the ceiling? They are guardian gems. Oh. 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 Oh no. Das ist, wenn wir da jetzt... Ich will da hoch, by the way. Wie das? Geht doch. Ey, ey, ey. Ich hab nichts gemacht. Jawohl. Okay. Ah, okay. Ich darf... Ah, ich darf nicht auf das Gold treten. Alles andere schon. Ja. Au. Okay. Das ist cool. I like. Ja, hier ist ein bisschen Gold. Ist auch irgendwie Suppe oder was das ist? Ähm, ja. Ah, Piratenschiff. Okay. No. Ei. Die hält sich nur in einem... Davy Jones. Die hat eine Maske auf. Harden. Ihr ist ungefähr die gleiche wie ein Dwarf. Ich will Sie in meinem Crew. Sie werden mir Fluffy-Personal Dwarf. Und das ist ein ordem. Oder ich werde dir die Stoffung aus. Für mich Pille. A tantalierend Prozess, Kapitän. Aber ich bin nur hier für deine Trezungen. Ihr skurvy-ritten Skallywag. Arr. Ihr seid zu schmerz. Das sind Pixies. Hey. Au. Alter. Okay. Alter. Yo. Arr. 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 Ja, okay. Und jetzt? Hallo. Hä? Ach, da kann ich fliegen. Okay. What? Höh? Ah. Ah. Okay. 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 Meine Nase juckt. Ui. Bam, Alter. Jawohl. Oh. Die Jungs wieder. Ah. Okay. Wieder hoch, oder was? Nee. Einfach nur ausweichen erst mal, glaube ich. Ja. Nochmal. Schieß doch noch. Ja. Ja. Okay. 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 Ich muss wieder so geilen Winkel haben. Ja, klar. Heilung. Heilung. Oh nein. Mann. Ey. Das ist so kacke. Lass mich doch heilen, ey. Komm, noch einmal. Jetzt kommen erst mal die kleinen Männer wieder. Tschüss, Junge. Bam. Bam. Ja, klar. Jawohl. Jawohl. Oh. Ah. Ah, jetzt können wir wieder hoch. Okay. Ui, ui, ui. Jawohl, du Lappen. Ah. Yes. Six. Mmh. Ja, okay. Ähm, okay. Was habe ich denn jetzt bekommen? Jetzt wollte ich springen, genau als das gekommen ist. Toll. Weiß nicht, was wir jetzt bekommen haben gerade. Keine Ahnung. Oder kann ich jetzt schwimmen vielleicht? Nein. Nice. Das ist enough about you for now. Let's get back to me. There is still one wish you need to fulfill. The third wish. The third one. The end. But not for me. My final wish is for rejuvenation. Bring me the elixir of eternal youth. Oh. And kill the flying boy who never grew up. Oh. Fliegende Junge, der niemals erwachsen wurde. Ist das Peter Pan? Ja, ich würde jetzt aber echt gerne wissen, was ich bekommen habe. Hm. Keine Ahnung. Ach, Wandsprünge. Ah. Okay. Wandsprünge haben wir bekommen. Yeah. Man kann... Man kriegt zuerst... Okay. Ich kriege zuerst die Fähigkeit zu fliegen und danach einen Wandsprung. Äh. Ja, danke. Ja. Come on. Wer hat die XP von denen haben, aber diese Pixies sind halt echt ekelhaft. Ist aber sehr komisch, der Wandsprung. Man springt voll weit ab. Na gut. Jedes Mal gehe ich da drauf. Hier, komm. Die ballere ich doch jetzt nochmal weg. Hä? Jetzt sind die weg. Okay. Ich würde sagen, das wäre es mit dieser Folge. In der nächsten Folge gehen wir... Ne, das... Äh... Verjüngende... Elixier. Was war es? Den verjüngenden Trank suchen und dem Jungen aufs Maul hauen. Denn der war ungezogen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017